hey und willkommen zu einem neuen video heute gibt es mal wieder was spezielles ich habe ein kleines bisschen in minecraft rumgebastelt zunächst mal wir sind auf der neuesten version aka ich kann mir mal ganz kurz hier das mein groben holz ziehen wir sind auf der 1.9 10 selbstverständlich also sieht wir haben die ganzen sachen da was wäre eigentlich wenn man in minecraft alle drei dimensionen verschmelzen würde in eine einzige da kann man erst mal nichts vorstellen aber warte mal ganz kurz ich befinde mich gerade hier in einer normalen minecraft welt und naja was befindet sich denn eigentlich unter der minecraft welt normal bedrock und das nicht aber was wäre denn wenn wir einfach mal die nether drunter packen würden und das kann ich auch gerade mal ganz kurz demonstrieren wenn ich in der mail mich einfach mal ganz gerade nach unten buddel einfach nur so es wird einmal luft anhalten bis ich unten bin also nicht wirklich aber im kopf und in gedanken wir graben uns weiter nach unten jetzt kommen wir langsam deep slate bereich wir sind jetzt hier auf der höhe sieben dann geht es noch weiter runter durch den deep slate bereich durch vielleicht mal irgendwo eine ancient city gefunden oder was auch immer unter dem worden buddelt man sich also weiter in die tiefe und was kommt dann raus zunächst mal anstatt ich langsam mal da anstatt von bedrock sehen wir obsidian wenn wir dann weiter runter graben durch das obsidian durch graben stück für stück ja 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 wir sind im nether angekommen und zwar ja einfach im richtigen nether ich habe mich gerade literally von oben nach unten in die nether reingebohren ach so und ich wundere dass das so lila ist ich habe mir nachts sich defekt gegeben und mit night vision wird die atmosphäre im nether eher so pinkig warum auch immer weil in 1.19 gibt es ja keine gamma einstellung mehr das ist ja wieder eine deswegen habe ich das per effekt gemacht ihr seht hier den night vision effekt ist im drin und wenn ich dann einfach raus fliegen will ist ja absolut gar kein problem wir können einfach raus düsen und wir sind wieder in einer ganz normalen welt im klartext heißt das ich habe soeben nether portale abgeschafft also fände ich es mal eine geile idee wenn der nether unter dem oder der overworld dran wäre könnte aber bescheid sagen ansonsten ist natürlich noch nicht alles es waren jetzt so zwei dimensionen es kommt noch eine dritte dimension und die allergroße preisfrage ist wo könnte man denn eine dritte dimensionen packen meine damen und herren na 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 ja ich bin einfach ganz normal hier in meiner welt und wir haben obendrauf die enddimension gepackt und nein damit meine ich nicht einfach nur hier so eine so eine endinsel hingeschmissen oder rein kopiert oder sowas sondern ich meine wirklich die komplette enddimension und da würde ich ganz kurz mal hochfliegen erstmal zur insel und gleich werdet ihr was merken oder schnallt hat mir schon perfekt gepasst hier ist die enddimension natürlich wenn man runter guckt sieht man da auch noch hinten sich halt ein dorf jetzt aber man sieht von hier oben aus wenn die renaissance groß genug ist natürlich unten normale welt beides gleichzeitig da ist kein schnitt und kein gar nichts dazwischen hinten müsste ein dorf ein bisschen falsch generiert sein warum auch immer das war an versehen manchmal ihr wisst wie es ist bei experimenten können unvorhergesehene dinge eintreten die gefährlich sind und das ignorieren wir einfach mal keine ahnung wie das passiert ist aber leute wir sind literally in der enddimension das heißt auch der enddrache fliegt hier oben rum wir haben das endportal hier drin und das funktioniert alles einwandfrei und wenn ich einfach mal tausend blöcke jetzt gerade ausfliegen würde ich fliege jetzt einfach von der insel immer weg muss natürlich erst generieren legen spectator mode damit es möglichst schnell geht mit 1k blöcken dann sollten wir vor uns selbstverständlich auch dieses erweiterte end generieren sehen ich bin ja nicht langsam weg geflogen wo sind wir denn 800 900 waiting okay wir warten mal kurz auf die chunks die müssen generiert werden okay ich habe literally gerade gestoppt und sofort ging es los mit generieren hier oben seht ihr die das erweiterte end was generieren würde auch mit end city und volles programm und das coole ist halt wenn man jetzt im end von der insel runterfällt dann fällt man nicht ins void und stirbt weil es eine eigene dimension ist sondern würde einfach in die overworld runterfallen das einzige was mir so ein kleines bisschen stört ist dass es hier unten so hell ist vielleicht können wir da mal mit time set night ein bisschen entgegenarbeiten machen wir mal time set 18.000 so hallo time set 18.000 please ja dann seht ihr den nacht himmel ist schon mal ein kleines bisschen besser leider nicht ganz so dunkel vielleicht hätte man es ja so machen können dass auch hier oben im end eigentlich nicht so dunkel ist sondern so nacht himmel die ganze zeit dann dann wäre es perfekt glaube ich so wenn ich auch hier mal ganz kurz gucken müsste ich würde locate structure end city machen dann würde mir die nächste angezeigt wird dann kann ich mich auch dahin teleportieren dann sollte einwandfrei gehen zack hier ist die end city und vielleicht haben wir ja glück und wir finden ein schiff oder nicht ja dauert ein bisschen chance zu generieren schalker sind drauf alles passt und dann droppe ich jetzt einfach gleich von der insel auch mal wieder runter so die schalker parken jetzt hier ich erzähle euch auch gleich wie ich das natürlich gemacht habe ist ob es dann fallen wir auch mal durch schon wieder ein dorf okay irgendwas ist hier da meinen experimenten ganz falsch passiert interessanterweise ist sie die location von der struktur genau über der location unter der location von dings ne ihr seht schon wie das hier aussieht ein bisschen quadratisch aber passt leute wie kommen am besten zurück zu unserem spawnpunkt ganz einfach an dem uns gehen dann sind wir die ganzen tausend blöcke wieder zurückgeeiert und natürlich auch der nachtsicht effekt jetzt weg das heißt wir geben uns wieder night vision mit dem effekt dran da können wir endlich was sehen und natürlich auch time set 5000 damit wir es endlich wieder attack haben gut ich gucke mich ein ganz ganz bisschen um ich habe etwas vorbereitet noch nämlich etwas weiter da hinten da habe ich mit so einem wie so ein förmchen mal die welt ausgeschnitten dass man auch mal den querschnitt ganz gut sehen kann die oben ist wie gesagt wieder die endinsel und ich habe das hier so gemacht einfach mal komplett durchgebuddelt durchgegraben und wissen was aller geilste war diesen querschnitt den ich gemacht habe der ist einfach literally hat der einen dungeon geteilt an der perfekten stelle mit der kiste und literally eine geode perfekt geteilt so dass man so gut sehen kann schön oder soll wie gesagt das pinke nicht wundern ist einfach nur der nether das ist einfach ein flawless übergang leute hier gibt es hier kein kein ruckler kein gornix du kannst du ich leider wie du lustig bist du kannst mobs durchschicken oder sonst was ich kann mal ganz kurz hier da glaube ich hier mal ein pig ne das droppen wir einfach hier von hier oben in die nether rein ich habe doch schon wieder ideen leute will der pig fällt runter kein problem das marschiert einfach geradewegs runter ja kleiner ruckler an der grenze aber wisst ihr wie es ist wisst ihr was witzig wäre wenn wir so ein schweinchen in den nether schmeißen von oben dann verbandelt sich das in den zombie piglin nur so als idee oder normalen piglin dass das wäre geil da das das wäre sehr sehr schön so ja nato ist übergangen wie ist das passiert ganz einfach mit einer modifikation wäre es gedacht nämlich die haben wir schon in anderen videos gezeigt gehabt ist das war nur wo ich ausgeschnitten habe deswegen hier mit wo ich die blöcke gelöscht habe deswegen ist hier das ding drin immersive portals und immersive portals kann ich einfach nur so portale erstellen wo man so nahtlos von nether zu overworld gehen kann vielleicht habt ihr schon ein paar mal gesehen hier und da gab es ein video zu ich finde die mod irgendwie sehr sehr cool und sehr sehr begeisterungsfähig und die hat ein feature drin von dem ich jetzt nur per zufall mitbekommen hatte nämlich man kann dimensionen stacken falls ihr es machen wollt einfach immersive portals installieren ist für die 1.19 im fabric drin finde ich sehr geil dass das für das neueste update ist und ich zeige mal ganz kurz wie wir das auch hier erstellen können und dann könnt ihr auch komplett auf nether portale verzichten und auf endportale ebenfalls braucht ihr da nicht mehr zunächst mal geht auf great world ganz normal creative einstellen bei more world options einfach dimension stack eintippen und enablen und dann habt ihr jetzt hier einfach euer menü so und das einzige was ich gemacht habe ich habe jetzt hier auf add geklickt und ich habe einfach oben an meine dimension was dran gepackt also ich könnte zum beispiel gibt es auch ein paar andere sachen die man dransetzen könnte eine chaos world oder sowas können aus spaß einfach mal machen confirm und dann drag ich die einfach mal ganz nach oben oder so und dann übrigens habe ich habe noch eine boy dazwischen gehabt was ich gemacht habe ich habe hier das overworld skyland durch end ersetzt und dann habe ich die white overworld nether mit das enden nicht so dicht über der normalen welt oberfläche schwebt habe ich noch mal so eine void welt dazwischen gepackt deswegen ist das so richtig weit oben der luft nur finde ich aber ist ein bisschen plausibler du könntest mit der leiter von unten nach oben fliegen von oben nach unten fliegen das wäre super praktisch einfach von der dracheninsel zurück in deine base oder so ohne euch irgendwo durchgehen zu müssen einfach von der insel weg gieten und wenn du stirbst stirbst du halt in der overworld dann kannst du deine sachen easy wiederholen so das können wir mal ausprobieren dieses skyland mache ich mal remove sachen die nicht haben wollt macht einmal remove ich mache mal die chaos world bei mir hatte ich halt das end finish generate fertig die komplette welt ist da ihr könnt euch nach unten buddeln seid ihr am nether könnt nach oben gehen und ihr seid in der skywelt oder am end oder was auch immer und ich fand das war irgendwie sehr 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 cool das spielt so ein bisschen mit dem kopf und ich sag euch eins hätte man diese modifikation einem spieler gezeigt von vor keine ahnung fünf sechs sieben acht jahren oder so wo auch schon minecraft mod projekt und ähnliches hatten megabyte zeiten damals und ähnliches leute die hätten gedacht was zur hölle das ist ja übelst krass übelst krass übelst krass ich weiß ich habe die mod vorher schon mal gesehen immersive portals save aber auch die funktion dass das hier geht ihr seht doch hier dimension stack world initialize hat funktioniert aus irgendeinem grund werden strukturen fällt ein village herunter über dem dorf wird noch ein weiteres dorf jetzt hier generiert warum auch immer an der an der grundebene hier aber wahrscheinlich weil es eine void world ist weil das auf dem boden der void world können die strukturen generieren das erklärt ja moin so und jetzt haben wir halt hier oben eine absolute chaos welt die sieht echt ein bisschen weird und chaos mäßig aus holy aber wie kommt man denn drauf das so ganz weird zu machen teilweise ordnung in der unordnung schau ich das mal an hier kann machen okay das ist jetzt auch nur ein beispiel wie gesagt ihr könnt andere dinge machen ich voll viel diversity hier savannah biome dschungel biome da ist noch mehr die die tiger ice bike naja jedenfalls das ist ein absolutes chaos biome das wasser wird auch runterfließen genau eine sache noch wasser und andere sachen die halt über diese grenzen durchfließen die ist sogar die dark an der seite ist darf dran hallo bin ich sagt nee die die fließen nicht über die grenze drüber und jetzt bin ich gerade eingefroren okay ich glaube das mit dem wasser war zu viel bin aber gerade im spectator mod eigentlich müsste ich alles durchgleiten können die welten sind einfach nur folgendermaßen gemacht übereinander gestapelt das heißt ab der maximalen bauhöhe hier ist die gerade noch bei 200 ihr seht jetzt hier bei der koordinate ich gehe jetzt gleich auf die 0 runter auf der höhe genau auf der höhe 1 0 jetzt mich bei 320 genau von 320 ist normale welt ja hoch und da ist dann eigentlich ein ende oder wie die nächste dimension oben drauf gesetzt damit die void world kann man einmal hochgehen da seht auch die koordinaten die wieder hochgehen und die volt wird hat eine höhe von ich glaube weiß ich nicht 128 so wieder entnäht also wissen wir so auch noch mal 250 und hier die nächste welt hat wieder dann 250 oder sowas drauf genau der nether ist halt ganz normal und drunter der hat ja eine höhe von ich glaube noch 128 war eigentlich so hoch ne ne da müsste hoher hat noch was sein so wir gehen wir ganz kurz runter fahren auch einfach noch mal durch die welt komplett durch man kann das alles sehen ich fand es sehr sehr satisfying war ein cooles feature wollte euch zeigen und wenn ihr mal ohne portale spielen wollt alle drei dimensionen in einer welt haben wollt dann ist diese modifikation eventuell was für euch dann könnt ihr euch von unten einfach nach oben die welt rein fräsen achso ist eine obsidian wand dazwischen hier anstatt bedrock ne da müsst ihr euch halt mit entsprechend spitzhacke durchhauen und hier geht es dann die nether rein so wie ihr ihn halt kennt ganz ganz normale nether dimension schön ich wollte euch zeigen ihr wisst bescheid und wenn es was cooles gibt auf meinem kanal erfahrt ihr das hier in form eines videos oder genau was cooles gibt rund um minecraft erfahrt das hier in form eines videos wir sehen uns bis demnächst das krachen und ciao